Ne, jetzt hört sich das hier, wie es, also bei mir ist es, ist man schon bereit? Ich bin auch bereit, ja. Ne, ich hab das in die Wartestange getan, die Jemalach geht jetzt weg. Heute Booty Bounce, da haut es richtig die fetten Ohrhörer weg, wenn er mal startet. Boah, es geht los. Okay. Ich kann gar nicht modieren, wenn ich so eine Scheissmusik im Hintergrund habe. Da muss was Stimmiges kommen. Toldi vs. Toldi Stone 80101 vs. YXTV21 und Tassatur Es ist ein Duell, auf dem höchsten Niveau, auf dem höchsten Level. Danke, dass du hier bist. Danke für die Reise. Danke für DJ Antoine. Danke für mein Herz. Mein Herz wird weiter, wenn ich... Pokerface? Äh, Smokerface? Ja, so. So, äh... Ja, der Toldi. Dwei Helden in der Charkhoverwüste. Ah, das Steam-App? Ja, weisst du nicht, die... Ähm, mit dem... Das ist viel zu dunkel. ... mit dem Hundenvertirr 5 spielen wir die jeweils. Ja, genau. Also, spielt man das jeweils? Ja. Oh, ich hab keine Munition. Ne, Spass. Dwei Helden mit keiner Munition. Nur... Die B gehen los. Sie suchen den Schatz der Russen. Wo hab ich ihn verkauft? Nur... nur AP, gell? Nur AP. In welcher ist die AP? Eins. Ah ja, ich hab nur die. Ja, klar. Was? Dann... Nur AP Swiss, äh, sie... Eine Strassenlaterne. Ist nichts für sie. Panzer liegen herum. Die's leider schon erwischt hat. Überessen des... Heißen Kriegs. Des kalten Kriegs. Ja. Wusste ich schon. Was gibt's da zu lachen? Auf jeden Fall. Hehehehe. 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 Ja, ja. Die guten alten Zeiten. So. Kommt da schon Booty Bad? Äh, Booty Bad, ja. Jetzt haben wir schon etwa alles gehabt. Hehehehe. Hast du gerade geschossen? Auf jeden Fall. Oh. Bail. So. Und ich will ein bisschen weniger sprechen. Will einfach die Musik ein bisschen höher drehen. Denn es ist ein Nerven-Duell. Auf höchstem Niveau. Ja, allem höchstem Niveau. Das Niveau, das wir vor zwei Monaten hatten. Ah ne. Noch schlechter. Hehehehe. Jetzt noch schlechter. Ist schwer zu toppen, aber... AHH! Da ist er ja schon. Der heisst... Äh, kalte Krieger. Wieso fährst du jetzt in die Strasse raus? Da ist doch keiner so dumm und fährt da raus. Na ganz ehrlich. Ist mir echt ne Frage. So. Wir bleiben aber dran da. Warten wir bis er raus kommt. AHH! Der sagt mich. Ja, pass um. Der cappt doch da. Ich weiss ganz genau. Alter, meine Finger zitteln jetzt wieder. Ja. Zitteln, 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 zitteln. Ich fahr in die Richtung. Oder fahr ich in die andere? Ich fahr mal nach Tscharkow. Kohle holen. Tscharkow. Er fährt in Busch. Ein Duell um das Haus von Präsident Putin. Es liegt in Ruinen. Doch die beiden Heldenkrieger. Keine Ahnung was. Und Toldi. Beide mit dem gleichen Patzen. Weil der andere keinen hatte. Kämpfen um ihn. Äh, um es. Oder um ihn. Keine Ahnung. Nach geschichtlicher Aufzeichnung hat keiner die Schlacht gewonnen. Nur sie zwei konnten es noch richten hier. Und die Musik macht es einfach noch besser. Das Haus. Dieses Haus. Das wird kein leichtes sein. Muss noch breiter sein. Muss noch breiter sein. Damit wir es umrunden können. Boah, die hätte ich fast gehabt. Ich habe nur den falschen Tassentour-Knopf gedrückt. Nächste Runde. Bud Spencer kommt mit 1 hin. Was? Ja. So, äh. Einmal mit. Äh. Mit Motorrädern. Immer wieder eine ausgeschaltet. Wo ist er jetzt? Der Fabian. Wo hat sie ihn hin verschlagen? Hier hat sie ihn hin verschlagen. Ja. Er trifft aber nicht. Das war ein Meisterschuss. Hier hat er aber auch einen. Nein. Ja. So. Das. Oh mein Gott. Wie viel hat der letzte gebracht? 49. 49. Oh ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Boah, der war aber kurz. Das war aber. Wie lange? Gut, das war auch nicht so große Mapper. 4 Minuten 33. Ah ja. phenschalten. Nacht... Ich weiß nicht mal überrechst,